Hallo Freunde der guten Unterhaltung. Willkommen bei TRIABY. Und bevor ich hier die Sau rauslasse, wie schon angekündigt, das wird dann in zwei Wochen passieren. Also dick im Termin eintragen, TRIABY lässt die Sau raus. In zwei Wochen geht es hier erstmal noch um etwas wichtiges und zwar wie kann ich andere Sportkanonen beeindrucken ohne Training. Ich finde das ist auch ein wichtiger Aspekt, den man beleuchten sollte. Viele versuchen immer durch Training Aufmerksamkeit zu erhaschen. Die ballern da Intervalle und ziehen durch und schinden sich. Aber ich denke, das muss auch einfacher gehen. Und wer jetzt denkt, geil, ich will einen Shirt machen, ohne dafür zu trainieren, der guckt jetzt mal genau zu. Das stimmt schon, Papa auch ich doch. Ja und zwar soll es jetzt darum gehen, wie kann ich einen Trackstand machen. Also einfach mit dem Fahrrad auf der Stelle stehen bleiben und dabei so lässig wie möglich aussehen. So, was braucht man dazu? Das wichtigste ist erstmal lässiges Aussehen. Also braucht man so eine Fahrradmütze. Okay, Fahrradmütze Hammer. Dann ist natürlich ganz wichtig noch eine coole Sonnenbrille aufzusetzen. Ah, ich glaube die ist es. So, als nächstes braucht man natürlich auch ein Fahrrad. Denn ohne Fahrrad können wir nicht auf dem Fahrrad stehen. Nehmt einfach das Erstbeste. Mhhh, mhhh. Mhhm. Als nächstes braucht man noch den richtigen Untergrund. Also wichtig ist hier eine schöne glatte Unterfläche, einen schönen glatten Untergrund zu haben. Da steht schon ein paar Tage da. Und ganz wichtig ist jetzt noch, dass ihr eine leichte Steigung habt. Hier nicht so ein riesen Berg, sondern hier so ein bisschen eine leichte Steigung. Und dann kann es schon losgehen. Also Brille aufsetzen, lässig smilen, dann anfahren und dann einlenken und am besten erst mal im Stehen versuchen. Einmal ein bisschen vor und zurück rollen. Zurück und vor. Zurück und vor. Und vor und zurück. Dann könnt ihr versuchen euch hinzusetzen. Also wir hinsetzen, meine ich hinsetzen. Dann könnt ihr auch mal eine Hand nehmen. Und dann könnt ihr auch mal beide Hände wegnehmen. Das geht wie gesagt mit dem Rennrad oder mit dem Stadtrad. In jedem Fall also aus der Rollbewegung zum Stehen kommen. Das kann auch passieren, dass du lieber den Helm aufsetzen. Und auch mit dem Minirad ist ein Drecksinn möglich. Da steht schon ein paar Tage dort. Super entspannt, grinsen. Wir sind ja auch bei der Viertel mit Baby, deswegen auch Trackstand mit Baby ist möglich. Beweisstück A. Da steht schon ein paar Tage dort. Wir sind ja auch bei... Findest du nicht? Also Freunde, wir fassen nochmal zusammen. Für den Trackstand Schrägstrich Stehversuch Schrägstrich lässig an der Abel stehen braucht ihr eine coole Sonnenbrille eine coole Mütze ein Fahrrad und eine kleine Steigung auf einer flachen Straße. Dann durch die Bremse kontrolliert zum Stehen kommen, Lenker eindrehen und dann durch das Drücken auf die Pedale kontrolliert nach vorne und nach hinten rollen. Wenn ihr das mal geschafft habt, dann macht das mega Spaß und an jeder Ampel vergeht die Zeit viel schneller und ihr bekommt natürlich einen Haugen Street Equitability. Street... 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 Wohlwollende Blicke auf der Straße. Da steht schon ein paar Partikel. Oh ja. Wenn ihr noch Fragen habt zum Trackstand könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ansonsten danke fürs Zugucken. Viel Spaß beim Üben. Und Hals und Beinbruch. Und Helm und Beinbruch. Und Helm und Ballbruch. Und wer räumt den ganzen Mist jetzt hier weg? Bis zum nächsten Mal.